Wir sind hinterher, oder? Leider geht es für Sie nur einen Ausweg. Träten Sie einen Weg in der Tor. Treten Sie auf die bewegliche Plattform. Gute Arbeit genutzt. Ab hier übernehme ich. V juntes Tάik für Sie. Spannende Arme. Spannende Arme. Sie hat Sperr und St não verursachen. Sie hat den zwischen den Karten und der Karten in der Karten. Spannende Arme. Sie hat den St. rumors. Die Bordelein. Lade Szenario 127 in dynamischer Simulationskuppel 314. Nun, sehen wir mal, wie beeindruckend sie wirklich sind. Stelle Testsubjekte bereit. Szenario 127 geladen. Fangen wir an. Specter ist in der Position. Szenario 127 in dynamischer Szenario 127 in dynamischer Szenario 127 in dynamischer Szenario. Sie sollten sich kurz ausruhen, wenn möglich. Okay, ich bin schon unterwegs. Initialisiere IMC Reaper Testprogramm. Die Aufliegen wieder hergestellt. Cooper, in den Häusern lagen Waffen. Ich habe gesehen, wie Sie auf den Fließbahnen verraten wurden. Ihre Taktik ist beeindruckend. Sie hat sicher nichts dagegen, wenn ich ein paar Einheiten entsetze. Erweitere Szenario um weiteren Reaper. Wir brauchen Sie ein bisschen, Chris. 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 Wir brauchen Sie ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Seltsam. Es dauert länger als erwartet. Sie sind so längst. Kappa 1, melden Sie sich umgehend an Kuppel 314. Ziel, Vernichtung des Milizpiloten. Verstanden. Over. Verstanden. Rück mit vor zu Kuppel 314. Kappa 1 in Position. Erwarte weitere Befehle. Over. Verstanden. Ich bewundere Ihre Behandlung. Das ist Zeit, das ist zu beenden. Kappa 1 in die Nähe des Milizpiloten. Angriffspartner. Ich öffne jetzt die Tür. Bereit halten für Zugriff. Verstanden. 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 Quick davon. Verstanden. Wir sind aber schwer. Verstanden. Verstanden. Ich glaube, sie ist angepisst, BT. Diesen Ausdruck müssen Sie mir später erklären. Dienen Sie jetzt, solange Sie noch können. In der äußeren Wand ist eine Öffnung. Ich markiere Sie auf Ihrem Hand. Ich hätte es wissen müssen. Der IMC-Inventory für ihre Entschlossenheit. Mir bleibt keine andere Wahl, als selbst einzugreifen. Eine seltene Fehleinschätzung meinerseits. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ash, sag mir, dass der Pilot tot ist. Ich arbeite daran. Hör endlich auf mit deinem Spielchen. Darf ich mich bei der Arbeit etwa nicht amüsieren? Nicht, wenn die Arbeit darunter leidet. Ich verstehe. Ash, out. Keine Sorge. Von dem Geld, das ich auf seinem Kopf ausgesetzt habe, kannst du dir alles Spielzeug der Welt kaufen. Sektor 4 Charlie. Sprengsätze 21 bis 29 zünden. An alle IMC-Mitarbeiter. Hier ist Ash. Aufgrund ihrer Unfähigkeit, die Sicherheit wiederherzustellen, bin ich gezwungen, um ihr Gesamtkopfkletzen zu zerstören. Einige von ihnen halten das vermutlich für übertrieben. Dennoch rate ich zur sofortigen Evakubierung. Wieder. Ich weiß nicht, was Sie getan haben, Pilot, aber mehrere Explosionen haben den Manipulatorarm geschwächt. Ich bin frei. Hier stürzt alles ein. Wir müssen weg. Sie sind in der Nähe. Markiere meine Position auf ihrem Hut. Ich weiß nicht, was Sie sind in der Nähe. Diese Umgebung ist extrem gefährlich. Schlage vor, einzusteigen. Pilotmodus aktiv. Saunum, Gruppenschaden festgestellt. Ich habe einen Ausgang jenseits dieser Kuppel entdeckt. Checken Sie ihr Hut. Du wirst hier sterben, Elitzpenner. Tut. Ich habe einen Ausgang jenseits dieser Kuppel entdeckt. Ich habe einen Ausgang jenseits dieser Kuppel entdeckt. Und die An ricke verfolgt ist. Und die Analyse der Kuppel entdeckt ist. Und die Analyse der Kuppel entdeckt. sobald ich ohne Analyse der Kuppel entdeckt. Feindheiten zerstört. Warnung, Kumpschaden festgestellt. Ja, dein Glück scheint dich zu verlasten. Feindheiten zerstört. Okay, okay. Vielleicht haben wir das Aushalten des Pockets wegen. Warnung, 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 Beindheiten zerstört. Warnung, Warnung, Weiner. Mach nur teaser tief und abrücken Deiopsies um jeden Passschützen. Feindheiten zerstört. Das ist gut. Direktor 5 in den Arm. Mein Fett ist ein Fett von uns. Es wird einen hohen Preis auf Ihren Kopf ausgesetzt, tot oder lebendig. Seitdem haben Sie einen gewissen Wert für mich. Sehen wir los? Feuer frei. Zeig diesem Piloten, wo er hingehört. Das war perfekt. Ihre Hauptmängigkeit, Ihre Kraft verhindert aber nicht Ihren Unterkampf. Ihre Fehler werden Ihr Unterkampf sein. Ihre Fehler werden Ihr Unterkampf sein genutzt. Ich kann Ihre Angst nicht fühlen, aber ich weiß, dass Sie Angst haben. Sie können sich jederzeit ergeben. Töten muss ich Sie natürlich trotzdem. Interessanter Technikpilot. Derart. Einfallslos. Ich hoffe, Ihr hattet keinen selten Wunsch. Dafür ist es jetzt so viel zu stehen. Kupfschaden festgestellt. Kupfschaden festgestellt. Drei Relang. Kupfschaden festgestellt. Sie enttäuschen mich. Ich hatte mehr von Ihnen erwarten. Kupfschaden festgestellt. Kupfschaden festgestellt. Kupfschaden festgestellt. Kupfschaden festgestellt. Ihre Fehler zeigen nur, wie perfekt ich bin, Pilot. Kumpsschaden festgestellt. Wir sind Ihrem Ende einen Schritt näher gekommen. Abriegelung aufgehoben. Oberflächenzugang autorisiert. Die Abriegelung wurde aufgehoben. Ich schlage vor, wir verlassen die Anlage durch den Tunnel. Pilot, wir sollten auf weitere Abkürzungen verzichten.